Vietnam, Thailand, Hongkong, die ganzen Devisen, die übrig geblieben sind von unseren Drehs. Spielgeld für Abzocken, sagen die einen, aber meine Kolleginnen hier in der Buchhaltung sagen, ein wichtiger Posten in der Kalkulation. Denn natürlich wollen wir kein Geld sinnlos verprassen, aber in jeder Geschichte müssen wir die Abzocker erst mal bezahlen, damit wir deren Maschen überhaupt filmen können. Wie viel Geld das in den letzten sieben Jahren war, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, könnte locker im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Aber auch in Hongkong, bei den Hongkong-Dollars ist wenig übrig geblieben. Denn bei der Geschichte war eins von vornherein klar, sie wird teuer. China ist weltweit einer der Hauptproduzenten von Unterhaltungselektronik. Deswegen glauben viele Touristen, dass sie hier tolle Technik-Schnäppchen machen können. Besonders auf der Nathan Road, der Shopping-Meile von Hongkong. Hier suchte ich nach Action-Kameras. Ich hoffte auf große Auswahl und kleine Preise. Denn die gängigen Marken gibt es hier, wirklich, an jeder Ecke. Hallo. Hallo. Ich suche eine Action-Kamera. Ja, hier. Kein Problem. Was kostet die? 1600 für die GoPro 5. GoPro 5? Ich möchte gar nicht GoPro 7. Was kostet die? Die 7 kostet 2900. Oh, und die anderen? Kommt auf das Modell an. Die aus Deutschland sind teurer. Die aus Deutschland sind teurer? Eine deutsche Marke, teurer als der hiesige Marktführer? Das roch nach Abzocke. Und ich blieb dran. 4300 aus Deutschland. Ja, made in Germany. Und das ist das bessere Modell? Würden Sie sagen, dass das aus Deutschland besser ist als die GoPro? Ja. 4.000? 4.300. Ich meine, ich finde es schön, im Ausland zu hören, dass made in Germany immer noch was wert ist. Ich habe bloß diesen Namen von dieser Firma noch nie gehört. Also das ist für meine Familie. Hat das eine gute Qualität? Ja, die ist super. Okay. Ich schluckte den Köder und kaufte die angeblich in Deutschland hergestellte Kamera für umgerechnet 486 Euro. Oh, das ist aber teuer hier, du. Und alles ist drin hier? Ja, ich zeige es Ihnen gleich. Ich zahlte bar, teils sogar in Euro. 486 Euro. Ein wenig Restgeld hatte ich noch. Und das wollten die Verkäufer auch noch. Welche haben Sie vorher benutzt? Gar keine Kamera. Dann lassen Sie mich Ihnen das erklären. Viele wissen nämlich nicht, wie Sie Ihr Video oder Foto abspeichern. Es ist ein neues System. Sie müssen dafür einen neuen Chip kaufen. Eine Speicherkarte? Die nennen das nicht Karte, das heißt jetzt Chip. Chip. Ein Speicherchip für superschnelle Highspeed-Videos. Alles in 4K. 4K? Ja. Wenn Sie laufen, Sport machen oder was auch immer, da brauchen Sie was für schnelle Videos. Ah, ich weiß. Okay. Dann her damit. Ich nehme eine. Ich bin nur nett und erzähle Ihnen das, weil es sonst schwierig für Sie ist. Ah, das ist gut. Wir müssen jetzt quasi, sagt er, diesen Chip, ich mache das jetzt erstmal so und tue einmal auf ganz, ganz dumm. Aber ich weiß, dass hier was schief ist. Dieser besondere Chip kostete mich weitere 100 Euro. Ich hatte noch nie von dieser Technik gehört. Am Ende zahlte ich 586 Euro. Und damit lag ich weit über dem Freibetrag von 430, den der deutsche Zoll erlaubt. Was habe ich da gerade gekauft? Toller ist es auf jeden Fall. Aber das sieht mir schon sehr schrottig aus. Wie schrottig, das ahnte ich noch nicht. Im Hotel schaute ich mir die Einkäufe in Ruhe an. Googelte den Hersteller der Kamera. Eine Firma namens Vimix. Da schau her, die Firma gibt es wirklich. Da ist zumindest eine Webseite. Schau mal, und die kostet online sogar noch mehr. 5.380 Hongkong-Dollar. Das sind weit über 600, 650 Euro. Ehrlich, es gibt keine Action-Kamera der Welt. Und ich glaube, das wissen hier alle Kameraleute im Raum, die über 500, 600 Euro. Das gibt es nicht. Das existiert nicht. Ich vermute also, dass diese Seite nur dafür eingerichtet worden ist, sie den doofen Kunden zu zeigen. Und die Kamera selbst? Hochauflösendes UHD, also 4K-Format. So lautete das Versprechen. Ich versuchte, die Einstellungen auszuwählen. Das gibt es gar nicht, diese 4K-Auflösung. Also zumindest wird die mir hier nicht angezeigt als Option, als Auswahlmöglichkeit. Moment. Die Speicherkarte. Der spezielle Chip für fast 120 Euro. Mal schauen, was er uns da verkauft hat. Den sogenannten Spezialchip hatte mir der Verkäufer freundlicherweise auch gleich eingebaut. Haha, das ist der Special Chip. Das ist eine 8 GB Micro-SD-Karte. Kennen Sie selbst von vor 5 Jahren aus Ihren Kameras. Mal schauen, was die bei uns in Deutschland kostet. Und Sie ahnen, auch hier wurde ich kräftig abgezockt. Das ist sie. Das ist exakt diese Karte. Und die kostet 9 Euro, nicht 120 Euro. Boah, ist das frech. In der Betriebsanleitung fand ich einen QR-Code. Der führte mich zu einer App. Der kann man verschiedene No-Name-Marken chinesischer Action-Camps bedienen. Ich fand ein Bild einer Kamera, die meiner zum Verwechseln ähnlich sieht. Es würde ja wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn wir dieses Modell hier nicht morgen auch irgendwo finden in Hong Kong. Also wieder zum Shoppen. Diesmal jedoch in Kowloon. Hier gibt es alle paar Meter einen Technik-Shop. Und hier sollte es die Kamera aus der App doch geben. Ich klapperte so gut wie alle Läden in dieser Gegend ab. Zwei Stunden später wurde ich fündig. Okay, die Marke heißt Econ. Ja. Ich bin skeptisch wegen des Preises. Kann ich Ihnen kurz was zeigen? Ich präsentierte dem Verkäufer meine 486 Euro Kamera. Wir haben hier zwei sehr ähnliche Modelle. Nein, nicht ähnlich. Dieselben. Genau gleich. Die Firma hat ursprünglich diese hier gemacht. Sie haben nur den Namen der Marke geändert und verkaufen sie unter einem anderen Namen. Das muss also ein Modell für 600 Dollar sein. US-Dollar? Viele Unternehmen kaufen Kameras dieser Art ab Werk, kleben dann ihren eigenen Namen drauf. Aber was kostet diese hier? Wie viel? 48. 48? Ja. Wir verkaufen die für 48 US-Dollar. Wissen Sie, wie viel ich dafür bezahlt habe? 600 US-Dollar. Laut den beiden hatte ich mir eine 35-Euro-Kamera für über 480 andrehen lassen. Ich habe noch eine SD-Karte gekauft. Wie groß? 8 Gigabyte. 8 Gigabyte? Ja, Klasse 4, 8 Gigabyte. Raten Sie, wie viel? Wenn er sie da auch abgezockt hat, 20 US-Dollar. Ne, 115 US-Dollar. 115 US-Dollar? Für das Geld kriegen Sie ja alle zusammen. 45 Euro statt 500 Euro für das wirklich gleiche Modell. Was für ein Unverschämter. Hey, thank you very much. Thank you. Ich warf nochmal einen genauen Blick auf beide Kameras. Sollten die Verkäufer recht haben, müssten die identisch sein. Die sind gleich schwer, sie haben das gleiche Menü, die gleichen Knöpfe an exakt derselben Position, das Design, bis auf die Vorderblende hier. Die hat bei diesem Modell, ach, ich kann mir sogar abnehmen. Auch unter der Blende. Ein und dieselben Komponenten. Jeder Zweifel ausgeräumt. Das ist die gleiche Kamera, der gleiche Chip, nur diese Vorderseiten aus Plastik, die sind ausgetauscht worden. Dumm ist nur, dass wir für die eine fast elfmal so viel bezahlt haben. Das ist Betrug und darüber wollte ich mit den Verkäufern auf der Nathan Road sprechen. Ich machte mich fertig, um die Abzocke mit angeblichen Technik-Schnäppchen zu enttarnen. Okay, Ihr Chef hat mir die hier verkauft, oder? Er meinte, die Kamera wäre in Deutschland hergestellt. Deutschland, ja? Es ist nicht made in Germany. Ich bin aus Deutschland. Die wurde nicht in Deutschland produziert. Ist doch egal. Es ist nicht egal, weil ich es zu einem sehr hohen Preis gekauft habe. Was haben Sie bezahlt? 4.300. Ja? Ich kann Ihnen die Webseite zeigen. Ah, Sie zeigen mir die Webseite. Na klar. Genau so funktioniert die Masche. Die Webseite soll den Kunden den hohen Preis rechtfertigen. Ah, da ist ja der Chef. Wir rufen gerade die Webseite von Wimix auf. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das nicht in Deutschland hergestellt ist und dass die Kamera für 4.300 maßlos überteuert ist. Ihre Beschwerde ist also, dass es zu teuer ist? Das ist der 20-fache Preis. Beschweren Sie sich über den Preis? Sind Sie der Profi oder ich? Also geht es nur um den Preis. Das war's? Das 20-fache. Warum machen Sie dann hier so einen Aufriss, wenn es nur um den Preis geht? Sonst nichts? Weil Sie mich angelogen haben, als Sie sagten, ich bräuchte... Wenn es nur um den Preis geht, habe ich nicht gelogen. Und ob Sie das haben? Er hatte mir weismachen wollen, dass die Kamera nur mit einem speziellen Chip funktioniert. Der entpuppte sich als billige SD-Karte. Ja, ja, freie Marktwirtschaft, aber das ist Touristenabzocke. Wenn Sie eine alte SD-Karte für den 10-fachen Preis verkaufen, ist es kein Markt, sondern Abzocke. Okay, pass auf. Wenn dir die Karte nicht passt, kannst du sie umtauschen. Aber die Kamera kommt vom Großhändler. Nicht von mir. Ja, aber ich habe sie doch hier gekauft. Er hat gesagt, die wäre super. Okay, wenn die Karte zu teuer ist, nehme ich sie zurück. Die Kamera gebe ich auch zurück. 4300 haben sie mir abgenommen und eigentlich kostet die nur 380 Hongkong-Dollar. Aber das ist nicht dasselbe. Die ist anders. Das Geld für die SD-Karte bekamen wir zurück. Rund 100 Euro. Aber die Kamera für 480 Euro blieb mein Eigentum. Das ist ein mega Geschäft, was die hier machen. Der weigert sich, das hier umzutauschen. Ich nehme das jetzt mal so hin. Was mich aber am meisten verärgert hat, ist, dass er mich angelogen hat. Ich mag es nicht, angelogen zu werden. Sie etwa? Hören Sie, es geht eben ums Geschäft. Der Preis ist vielleicht ein bisschen hoch, aber Sie bekommen ja auch eine neue Kamera. Aber 1100 Prozent ist nicht nur ein bisschen. Entschuldigung. All right. Das ist gut. Warnung, Warnung, Warnung. Boah, ich hätte ja ein bisschen mehr schon erwartet. Dass er das vielleicht umtauscht, mir Geld zurückgibt, gar nichts. Und deswegen meine ganz klare Warnung. Natürlich kann man hier in dieser Gegend der Welt elektronische Geräte kaufen. Sogar keine Mehrwertsteuer hier in Hongkong. Könnt ihr mal denken, dass es preiswerter ist, aber nicht hier auf der Nathan Road. Vielen Dank.